Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3 Reforged, die Zerstörung von Lordaeron. In der Zwischenzeit hat in Lordaeron die brennende Legion mit ihren Invasionen begonnen. Gucken wir uns das doch mal an. Grüße, mächtiger Mann-O-Rod. Wie verläuft die Invasion? Pach, diese schwachen Menschen sind keine Gegner. Dann hat die Geißel ihre Aufgabe erfüllt, im Gegensatz zu manch anderen. Versputtet mich nicht, Schreckenslord. Ich weiß, dass die Orks versagt haben. Wenn ich sie finde, ziehe ich sie persönlich zur Rechenschaft. Genau deswegen bin ich gekommen. Es könnte euch interessieren, dass die Orks gar nicht mehr hier sind. Was? Seid ihr sicher? Daran besteht kein Zweifel, Mann-O-Rod. Meine Diener sind immer zuverlässig. Sie sagen, die Orks seien in Kalindor gelandet. Kalindor? Aber was wollen sie? Die Orks gehören rechtens mir. Und ich werde sie mir holen, egal wohin sie fliehen. Und ihr gehört mir, Mann-O-Rod. Ihr tätet gut daran, das nicht zu vergessen. Wir werden die abtrünnigen Orks beobachten und abwarten. Sie könnten uns trotz ihres Versagens noch nützlich sein. Oh yeah. Ein kleines Intermezzo zwischendurch. Ein kleines Intermezzo. Es geht zu bei der Woidee. Bam. Kriegshäuptling, wir streifen seit einer Woche durch dieses Ödland und kämpfen nur gegen Zentauren und Schweinemenschen. Wir müssen unsere Kräfte mit echten Gegnern messen. Die Untätigkeit und die sengende Sonne rauben uns die Nerven. Aber wir müssen weiter. Beim Orakel wird alles klar werden. Wie ihr meint, Kriegshäuptling. Seht ihr das? Der Kriegshymnen-Clan. Und sie kämpfen gegen Menschen. Elende Orks! Was untersteht ihr euch, uns in dieses Land zu folgen? Haltet die Luft an, Mensch. Ihr braucht sie zum Schreien, wenn ich euch zerfleische. Was? Lokta-Krieger! Heldschrei braucht Hilfe! Wie ist der Pion da hinten? Ah, Täckchen! Schau da vor! Dodo! Dodo, Dodo! Komm her! Ah, Kudo hat Hunger! Rips! Die Geister sind rummellos. Was ihr wollen! Also weiter. So. Wo soll ich links trommeln? Die Geister sind ruhelos. Ja, ich bin der Kriegshall. Ja, ich bin der Kriegshall. Was ihr wollen? Ich kann hier nicht bauen. Doch, kann ich. Doch, doch. Du kannst hier schon bauen. Rommasch, was soll das alles? Wie um alles in der Welt kommen diese Menschen hierher? Genau wie wir, kleiner Bruder. Offenbar führt ein schwaches Mädchen namens Prachtmeer sie an. Oh, yeah. Oh, yeah. Frall, du musst überleben. Die haben hier oben ein kleines Kram. Wo ist denn hier Wald? Da hinten ist ein bisschen Wald. Arbeit, Arbeit. Was wir wollen. Muss was getan werden. Das kann ich. Die Geister sind ruhelos. Gucken wir hier nach oben. Merken, dort ist nix. Und wieder zu den hier. Bum, 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 bum. Guck, du Bestien. Werden wir immer eins dabei haben. Die erhöhen halt einfach den Schaden. Drei. Oder zwei. Wo soll ich denn hin? Braucht ihr was? Also weiter. Keine Ahnung wie viel. Wahrscheinlich auch drei. Gucken wir mal. Für die Ehre. Arbeit abgeschlossen. Drei. Was ihr wollen. Also die Arbeit. Der braucht noch ein bisschen. Zehn. Bau, du bitte gleich noch ein Bau. Bau. Arbeit, Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Ja. Ja. Also das Trommelschlagen gefällt mir schon. Ja. Bauen wir gleich die zwei hier aus. Wo soll ich denn hin? Einfach mal merken. Drei undzwanzig, siebenundzwanzig. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Wir brauchen mehr Golf. Hey, Obermacker. Wir haben ein paar Menschenlager in der Nähe entdeckt. Außerdem ein Goblinlabor im Norden, das von einer Basis beschützt wird. Interessant. Wenn wir ungehindert bis zu den Goblins gelangen, könnten wir in ihren Zeppelinen über den Pass fliegen. Tötet alle gegnerischen Einheiten beim Lockwerk. Kehrt mit zwei Zeppeln zur Basis zurück, okay? Bereit zur Arbeit. Arbeit, Arbeit. Forschung abgeschlossen. Jetzt sehen wir mal hier oben. Wen soll ich töten? Ja, 2032. Guck an. Guck an. Guck an. Guck an. Guck an. Guck an. Zack. Ja, wir gucken uns hier jetzt mal auf. Ich bin der Kriegshäuptling. Und Abu. Ja. Für die Ehre. Die Menschen in Ruhe lassen. Und Abu. Für die Ehre. Und Abu. Wurde gesagt. Ja. Und Abu. Das sehe ich hier gar nicht ein. Hm. Für die Ehre. Arbeit abgeschlossen. Ja. Bereit zur Arbeit. Und du machst mir hier mal bitte einen. Weiteren Bauernhof. Obergang. So. Was macht ihr? Was macht ihr? Ich kann nicht mehr warten. Die Menschen müssen gemetzelt werden. Kriegshäuptling. Der Kriegshimmeln-Clan greift die Menschen entgegen euren Befehl an. Verdammt. Jetzt müssen wir wohl oder übel kämpfen. Verstärkt unsere Abwehr. Um Höllschrei kümmere ich mich später. Das Inventar ist abgeschlossen. Ja. Jetzt müssen wir wirklich kämpfen. Guck mal Höllschrei. Guck mal. Ich bin der Kriegshäuptling. So. Gehlein. Besuch. Um Dabu. So. Für die Ehre. Gut. Ich denke mir mal, er wird schon wieder sammeln. Und dann gleich wieder angreifen. Forschung abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Hm. Fünf Stück. Zu ihm. Muss was getan werden? Jo. 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 искus. Jo. Jo. Wird mir als erstes einfallen, solche Dinge tatsächlich in Warlords of Draenor. Das sind die Standardbunker. Hochburgen und Dinge sieht man auch überall. Das sieht man nicht so oft. Das sieht aber auch so nice aus. Rache für Sultrin. Arbeit abgeschlossen. Das sieht aber auch so nice aus. Alles klar. Ach nee, weißt du was, du brauchst mir hier noch einen Turm hin. Arbeit, Arbeit. Okay. Die Geister sind ruhelos. Wir ziehen mit Grommerschmidt. Ich bin der Kriegshäuble. Wir werden euch Kriegshäuble nennen. Der Kriegshäuble-Klan greift noch ein Menschenlager an. Vielleicht ist das unser Schicksal, für immer und ewig gegen die Menschen zu kämpfen. Ach, ich soll dich dann wegpassen. Für die Ere. Die Wechsel sind los. So. 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 Na komm. Was seid ihr? Für mehr als eine Brigade? Wo soll ich denn hin? Das ist die Gilneas. Was wir wollen? So. Regeneration der Trolle. Alles klar. Ich bin der Kriegsreppchen. Was soll ich tun? Was soll ich denn hier? So. Dann haben wir das Camp wenigstens kaputt. Ich bräuchte noch ein paar Reiter, wären tatsächlich nicht schlecht. Wir werden angegriffen! Die Geister sind überlos. Oh, Plündern. Plündern zu erforschen wäre natürlich jetzt auch was. Eieiei, das wäre ziemlich dumm von mir. So, ihr greift wieder wo an. Ach, ihr kommt auch hier hoch. Ich bin der Kriegshäuptling. Arbeit abgeschlossen. Okay, ihr greift hier drüben an. Das Luderungkorps. Wache für Zuldrin. Wache für Zuldrin. Agamant. Agamant. Der Hade Agamant. Ja! Lock, Knallern. Wo soll ich hin? Niemand wird überleben. So. Umarrow Uno ist weg. So. Haben wir noch einen arbeitslosen Bion? Muss was getan werden? Jetzt mal auf. Alles klar. Machen wir hier mal was ganzes Blütes. Obergang. Arbeit, Arbeit. Obergang. Ich hebe nochmal anders. Hier. Arbeit, Arbeit. Unsere Verbindung ist tot. Eins, zwei. Obergang. Und wie weit sind die rein? Ich würde sagen, so weit, dass man sagen kann, Attacke. Dann greifen wir die hier gleich an. Arbeit abgeschlossen. Sehr gut. Ihr Held ist gerade nicht da. Zusammen. Wir fokussieren die Gegner. Eure Zeit ist gekommen. Fokussieren. Dann fokussieren wir das. Wir werden angegriffen. Niemand wird überleben. Unsere Stadt wird angegriffen. Und dann zack. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Was ihr wollt. Drache für Zultrin. wen soll ich tüten was ihr wollen arbeit arbeit alles klar das soll quasi eine mauer sein für die nahkämpfer es 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 Was haben wir denn hier jetzt? Arbeit abgeschlossen! Ich müsste dich hier bloß einsperren. Was? So. Bums. Damit ist das Loserungkorps dann auch hinüber. Zack. Für die Ehre. Bums. Arbeit abgeschlossen! Wen soll ich füllen? Da wo? Du kommst mal hier mit rein zur Verteidigung. Du da? Ja. Baust du nur das da? Oh, ja. Gut gemacht, Grommasch. Leider kriegst du keinen mehr Tod. Der Held unseres Verbündeten ist tot. Ja. Passt auf. Die greifen uns jetzt gleich an. Ja. Ondabu. So. Für Schicksalshammer! Ja. Hm. Für die Ehre. Für die Ehre. Sammeln. Das ist gerade ein bisschen langsam. Arbeit abgeschlossen! Ja. Du gehst mal hier hin mit zum Repairn. Alles klar. Möchte ich hier noch eine Kudo-Bestie? Nee. Okay. Na guck mal an mit so einer Kudo-Bestie. Für die Ehre. Ondabu. Arbeit abgeschlossen. Für die Ehre. So. Elite-Korps von Kotinas. Für die Ehre. Für die Ehre. So. Niemand wird überleben. So. Ja. Ja. Kommt er ja schon. Ja. Unser kleines Kudo-Bestlein. Unser kleines Kudo-Bestlein. So. Arbeit abgeschlossen. So. Arbeit abgeschlossen. So. 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 Kannst du das nicht ein bisschen verzögern? Ich glaube, das sind die stärksten. Wenn wir mit dem hier zusammen zwei, drei Typen, wenn noch die Briefe bleibt, Brüder. Oder ihr. Zack. So. So. Ja, ja, ja. Zack, du nicht. Ha. Damit ist mein Kodo weg. So. Haben die noch eine Kaserne hier, oder nie? So. So. Ja, komisch, kämpf dir drauf. Was soll ich tun? So. Gut. Was? Hör ich den hier an. So. Ich muss hier gucken, dass ich hier... Was soll ich tun? ...mehr Einheiten bekomme. Mir fällt nämlich gerade so ein. Mir fällt nämlich gerade so ein. Wir werden angegriffen. Alles klar. Shit. Dieser dumme, dumme, dumme Mensch. So. Na, hier auf den gehst du. Du gehst hier mit auf das Hauptgebäude. Ah, Unterstützung. Unterstützung vom Krieg von dem Clan. Rache für Sult. Warte auf euren Befehl. Jawohl. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Ups. Zack. Nur nochmal. Jawohl. So. Boom, boom. die menschen abgeschlossen für die ehre kein konflikt mehr ja und abu für die ehre das inventar ist voll für die ehre wir brauchen heiler tatsächlich also gut gemacht hell scream doppelt falsch sehen gar nicht wo ist er denn da ist guckt neulich an man erkennt wer ist 30 bis 35 primäresattribut intelligenz alle 30 bis 2 und abu wo soll ich mal hierhin so muss was getan werden wir bauen hier einfach mal weiter bis die zwei tolle da nach oben kommen ob man hier so eine schöne unüberwindbare mauer nachkämpfer müssen außen rumlaufen ja fernkämpfer können hier rumdöden sobald die dann da ist kämpfen wir uns hier einmal außen rum ja dann haben wir genügend warte auf euren befehl ja räuber jetzt ist es nun mal so du bist jetzt nicht gerade der stärkste was Leben betrifft braucht ihr was arbeit abgeschlossen naja kommt aber noch aufs kudo ab ich könnte mir die basis hier auch weg machen und das ist ein tötet eigentlicheinheit arbeit abgeschlossen wir hätten uns wahrscheinlich ihr hier außen rum und hier durchkämpfen können ohne richtig ohne richtig wahrscheinlich gegen die menschen zu spielen so auf den warten wir noch wir wollen ja ein bisschen safer sein dass wir das letzte Jahr wohl schaffen ohne großartige Verluste und so ein Kudo dabei zu haben ist halt immer geil und da wo Forschung abgeschlossen da kommt's schon jetzt haben wir auch noch den einschüren ja niemand wird überleben zack so so da geht's kommst du mal mit? ja 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 Dammu! Help, Yabas! Die aber mit. Lassen wir das da. Zwei Zeppeline. Und wieder zurück. Das wäre jetzt lustig, wenn wir jetzt die Zeppeline irgendwie unterwegs verlieren würden. In des Bildikins? Ja. Okay, interessant. Wäre das hier auch, ne, wäre kein Durchgang gewesen. Okay. Du, 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 du. Bip, 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 bip. Fliegen wir mal über die Kriegshymnen drüber. Und es ist leicht vorbei. Und zurück in unsere Base. Ruhm. Ruhm. Verstanden. Sehr schön. Damit können wir den steinkahlen Gipfel gegen morgen erreichen. Ein wahrer Krieger würde den Menschen den Pass einfach entreißen. Habt ihr den letzten Restverstand verloren, Grommasch? Ich habe euch einen direkten Befehl gegeben, die Menschen in Ruhe zu lassen. Was ist nur los mit euch? Haltet mir keine Vorträge. Die Jammerlappen haben den Tod verdient. Spürt ihr es nicht, Thrull? Es ist wie damals. Als wären die Mohnen in der Nähe. Ich weiß nicht, was in euch und eurem Männer gefahren ist. Aber diesen Kampfrausch kann ich nicht dulden. Entschuldigt, Thrull. Ihr habt recht. Ich werde mich beherrschen. Das Risiko kann ich nicht eingehen, Grommasch. Zieht mit eurem Clan in den Wald im Norden und baut uns eine Siedlung. Ich stoße zu euch, wenn wir das Orakel gefunden haben. Und zwar die Kriegshymnenfeste. Wird jetzt gebacken. Wir haben 42 Minuten für diese Mission gebraucht. Leckummi. Ja. Plus das Video am Anfang. Heiheihei. Der Ruf des Kriegshymnenclans, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.